Ab nach Indien. Ich glaube, ich werde auch schon vorbereitet. Vom Regen in Deutschland in den Museum in die Regenzeit in Indien. Aber ich glaube, ein bisschen Sonne wird auch mal scheinen. Ich freue mich drauf. Ich bin gerade angekommen in meinem Zimmer. Falls ihr euch wundert, warum ich auf einmal einen anderen Pullover anhab, ich habe mich im Flugzeug so auf das indische Essen gefreut, dass ich gleich mal gekleckert habe. Ja, das ist eine Sache, auf die ich mich hier nämlich sehr freue. Hier ist mein Badezimmer. Badezimmer halt. Das ist mein Bett, sollte auf jeden Fall groß genug sein. Ja, ich glaube, hier lässt es sich aushalten. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins erste Training. Ich bin schon voll ausgestattet mit der Platinerie Falternskleidung. Ja, ich freue mich drauf. Ich kenne die Halle zwar schon vor letztem Jahr, aber ich glaube, das wird super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hast mich auch ganz gut eingelebt. Ich kenne das ja auch alles schon. Ich weiß ja auch, wie in etwa alles abläuft. Heuteasen haben wir noch einmal geübt wie man einläuft in die Halle. Es ist nicht so kompliziert, wenn man es schon kennt. Meine Mannschaft ist super, ich kenne ein paar schon von letztem Jahr und die anderen wirken auch wirklich nett. Auch die Manager wirken nett und ich habe eigentlich gar nichts zu meckern. Morgen geht es dann los und wir sind auch die erste Mannschaft gespielt gegen der Bang Delhi. Ich hoffe, dass es gut läuft. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Start. Ja, und bis dahin eine gute Zeit. Ich werde wieder berichten. Servus! Untertitelung des ZDF, 2020